Was bedeutet eigentlich cringe? Cringe ist ein englisches Verb, welches grob übersetzt werden kann mit erschaudern, zurückschrecken oder zusammenzucken. Ein Beispiel dafür wäre, I cringed in fear, ich zuckte vor Angst zusammen. In Kombination mit something entsteht die Bedeutung, dass jemand sich schämt. Der Ausdruck, to cringe at something, bedeutet sinngemäß auf Deutsch, dass jemand sich schämt oder sich fremdschämt oder dass jemand angeekelt ist. Wenn etwas cringy oder cringe ist, dann ist eine Person oder ein Ereignis peinlich, unangenehm und man möchte nur raus aus der Situation. Man ist dann peinlich berührt und fühlt sich unbehaglich. Es sorgt für Verlegenheit. Etwas ist cringy, wenn eine Person Normen oder Werte verletzt und das nicht bemerkt oder nicht als peinlich empfindet. Ebenso ist etwas cringy, wenn eine Person unauthentisch ist. Dies tritt zum Beispiel auf, wenn ältere Personen anfangen, in Jugendsprache zu reden. Der Arbeitstag war zu wild. War dein Tag auch frisch, Kind? Im Englischen fehlt ein Verb für Fremdschämen. Dort ist sinngemäß Fremdschämen wie folgt übersetzt. External shame, vicarious embarrassment, second-hand embarrassment, to feel embarrassed for somebody. To cringe ist da kompakter und weniger kompliziert. Yo, wenn euch der Beitrag gefallen hat, dann checkt mal die Seite bedeutungonline.de ab. Dann schau. Jetzt kann euch mal die Seite des hardeners. Dann schaue. ... Untertitelung des ZDF, 2020